Wie du dir jetzt ein erfolgreiches, freudvolles und gesundes Leben erschaffst, von dem du keinen Urlaub mehr brauchst. Auch wenn du dich jetzt noch in der Tretmühle gefangen fühlst und Ängste, Zweifel und Unsicherheiten dich plagen. Darum soll es heute gehen im heutigen Video hier. Und wenn du möchtest, dann darfst du dich auch willkommen fühlen im ersten Tag in deinem neuen Leben. Leben, denn wenn du mehr Freude und Leichtigkeit und Klarheit haben möchtest zu deinem Lebensplan, zu deiner Lebensaufgabe, dann bist du auch hier genau richtig jetzt. Denn dieses Video hier, dieser Beitrag kann magisch lebensverändernd für dich sein. Wir alle merken, die Welt ist im Wandel. Die Welt ist im Wandel. Und vieles, was noch vor wenigen Monaten so ganz normal war, ist jetzt aus den Fugen geraten, Unsicherheiten, Ängste, Zweifel und gesundheitliche Herausforderungen plagen die Menschen. Und das birgt eine noch bedrohlichere Negativspirale in sich, als das die letzten Jahre überhaupt schon der Fall war. Und die würde ich gerne heute mit dir versprechen, wenn du möchtest. Denn kann es sein, dass du mehr aus deinem Leben machen möchtest? Kann es sein, dass du endlich dein volles Potenzial entfalten möchtest und dir damit ein wirklich freies Leben gestalten möchtest, ganz nach deinem Herzen? Dann gratuliere ich dir. Dann ist es so großartig, dass du heute hier bist. Das ist elementar wichtig für dich. Vielleicht geht es dir ja so, dass du dich beruflich schon lange viel am Platz fühlst und du schon dir seit Wochen oder vielleicht sogar schon seit Jahren die Frage stellst, warum du überhaupt hier bist auf Mutter Erde. Was das Ganze hier überhaupt soll. Und du möchtest eigentlich viel lieber dein eigenes Ding machen, das sich erfüllt und dir wirklich monatlich ein stabiles Einkommen sichert. Du hast aber das Problem, dass es nicht so richtig funktioniert. Vielleicht hast du schon einige Gehversuche selbst gemacht und dir fehlt einfach die Klarheit und das Vertrauen, dass du tatsächlich auf dem richtigen Weg bist. Viel lieber würdest du eigentlich voll durchstarten, gerade jetzt zu dieser Zeit, wenn wir zurückblicken auf die letzten Monate und schon eine Vorschau halten auf das, was jetzt kommt. Dann ist der Wunsch in dir noch größer geworden, dir wirklich ein freies, unabhängiges Leben zu gestalten, statt dir immer wieder Gedanken machen zu müssen, wie geht es weiter, ob du es schaffst, ob du ein stabiles Einkommen hast. Und immer wieder das Gefühl hast, so einen Schritt vor und wieder zwei zurückzugehen bzw. regelrecht zurückgeworfen zu werden. Also wenn du das Gefühl hast, dass da so unsichtbare Gummibänder dich immer wieder zurückholen. Ich habe ein kostenfreies Training für dich vorbereitet. Du erfährst da mein Erfolgsgeheimnis und eine Anleitung, wie du dieses Erfolgsgeheimnis, diese Schritte jetzt auch umsetzen kannst. Denn du wirst lernen, wie deine Gedanken, Gefühle und auch deine Verhaltensweisen dein Leben bis heute bestimmt haben und wie du daran jetzt etwas ändern kannst, sodass du wirklich mal auf dem Weg deines Herzens ankommst. Du wirst lernen, wie genau du neu denken, fühlen und handeln musst, um dir dein großartiges Leben zu manifestieren. Und natürlich auch, wie die Kunst des Manifestierens auch wirklich für dich funktioniert und wie du die jetzt ab sofort richtig einsetzt. Und wie du dich von Ängsten, Zweifeln und Unsicherheiten endgültig erfolgreich befreist. Auch darüber werden wir sprechen. Ein ganz wichtiger Punkt wird auch sein, wie du die richtige Entscheidung triffst, um das Hamsterrad jetzt zu verlassen und aufhörst zu funktionieren und endlich wieder Freude und Leichtigkeit in deinem Leben hast. Falls du mich jetzt zum ersten Mal hier siehst, mein Name ist Irmgard Anna Bronder. Ich helfe Frauen dabei, in erster Linie Frauen. Mithilfe ihres Seelenplanes, das Hamsterrad zu verlassen, um selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und Geld im Leben zu haben. Bekannt wurde ich 2016 durch den damals größten Lebensfreude-Kongress im deutschsprachigen Raum mit über 7000 begeisterten Teilnehmern. Und ganz ehrlich, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich auch genauso wie du spürte, da ist noch mehr in mir verborgen. Das Leben muss doch noch mehr für mich bereithalten. Aber ich hatte keinen Plan, wie ich das entdecken kann. Ich habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, war die ersten Jahre zwar sehr stolz auf diese Stelle, aber im Laufe der Jahre wurde ich einfach zunehmend unzufriedener und fühlte mich viel am Platz. Ich wollte mir einfach nicht mehr den Tag vorschreiben lassen von anderen, wann ich am Arbeitsplatz zu erscheinen habe, wann ich Urlaub machen darf und alles, was damit einfach zusammenhängt. Deshalb bin ich ein gutes Beispiel für dich. Was ich hinbekommen habe, ist definitiv auch für dich möglich. Wie kannst du dir jetzt dieses kostenfreie Live-Training anschauen? Klicke jetzt auf den Link unter diesem Button. Du brauchst einfach nur deinen Vornamen anzugeben, deine E-Mail-Anschrift, dann weiß ich, wo ich dir das Live-Training hinschicken kann. Und wenige Minuten später findest du es dann auch schon in deinem Postfach, kannst es dir anschauen. Und dann sehen wir uns gleich im kostenfreien Live-Training. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Klicke auf den Link, teile mir einfach deine E-Mail-Anschrift mit und dann bekommst du es gleich in deinem Postfach. Bis gleich. Ciao. Bis gleich.